ja servus liebe youtube freunde heute kommt noch mal ein video das ist ein bunter zusammenschnitt ich habe gestern eigentlich schon ein video erstellt vom k15 bei mist verfahren und habe dazu etwas gequatscht also wie gesagt der schlepper ist ja ja ich sag mal mehr oder minder durch der braucht neue laufboxen der braucht neue kolben der braucht neue zylinderköpfe und ich brauche dafür auf alle fälle einen neuen block den alten zu schweißen wird einfach zu teuer das rentiert sich nicht ich meine ich könnte es mit kaltstahl probieren oder so flüssigstahl aber ob das funktioniert lieber einen neuen schlock wenn ich einen herkriegen würde die einspritzpumpen muss gemacht werden und was halt noch innen kommt weiß ich nicht also wahrscheinlich pläulage unter umständen und sämtliche dichtungen ist sowieso klar ich gehe davon aus es wird wahrscheinlich auch die kupplung kommen die bremsen sind auch fällig und vier neue reifen brauche ich auf jeden fall auch ich habe eigentlich darüber nachgedacht habe ich den k15 verkauf ich habe mir auch schon die kleinanzeigen drin stehen gehabt bloß eine nacht drüber geschlafen und im endeffekt ich habe das angebot wieder raus gelöscht warum der schlepper der steht seit 20 jahren jetzt bei mir wir haben den 1998 gekriegt für ein kasten bier der schlepper hat mir gute dienste geleistet auch wenn er nicht so viele stunden übers jahr macht weil er hauptsächlich zum ausmisten gedacht ist oder wenn er mal in der hohe saison noch da mann ist kann ich mir mal an den ladewagen hängen mehr mache ich damit eigentlich nicht das gebe ich zu aber ich sage es ganz ehrlich ich habe mich an den schlepper so gewöhnt ich mag ihn nicht mehr hergeben der gehört einfach auf den hof dazu die krame sind schöne schlepper mag jeder darüber denken was er will ich finde sie nicht schlecht ich finde sie klasse und ich habe mir ehrlich gesagt überlegt ich werde wieder machen ob das ganze von heute auf morgen geht weiß ich nicht weil da dazu ist natürlich noch ein bisschen kleingeld notwendig oder ein wenig dickere geldbar so sage ich einmal am schluss wird es aber wohl drauf raus laufen so viel habe ich mir jetzt schon überlegt ich werde es soweit hier richten dass er ausschaut wie mal kl 300 die garage hier soll ja neu gebaut werden und die ist eigentlich so geplant dass eben diese zwei schlepper hier reinpassen und wenn ich jetzt hergehe und mach es dann nicht ehrlich gesagt wahrscheinlich hätte ich dann gewissensbisse wenn ich jetzt den schlepper verkaufen ich würde mich jedes mal erärchen und würde mir denken warum von dem schlepper sind irgendwas um die 3600 stücke gebaut worden vom typ k 15 und ehrlich gesagt das ist es mir trotzdem wert scheiß auf alle moralischen grundsätze scheiß auf wirtschaftlichkeit den schlepper habe ich so lange liebe investiere ich ein viel geld dann wird es halt ein wenig längeres projekt das geht halt nicht in einem halben jahr wie mit dem kl 300 weil den haben wir im märz angefangen gehabt also auch so um die zeit 15 der märz war des letzten jahres und fertig war er dann mitte september ich meine so schnell wird es beim k 15 nicht gehen weil dafür habe ich das geld nicht wie gesagt ich will ja die garage neu bauen und der neubau von der garage ich meine ich brauche den beton fürs fundament ich brauche die mauersteine außenrum es muss ein dach wieder drauf ich brauche das holz für die tür der kanal muss unten drunter ein wenig umgebaut werden weil der läuft ursprünglich eigentlich da außen durch seitlich da entlang die garage soll aber ein ganz kleines stückchen breiter werden dass eben die fulltags rein passen dann müssen wir diesen kanal quasi zu bauen ich sag mal die garage unter unter höhlen das wasser läuft dann unten drunter durch und ich meine da würde das meiste geld jetzt erst einmal einfließen nichts desto trotz ich werde trotzdem versuchen ich will den alten boggelt oder wieder richten wie gesagt scheiße auf wirtschaftlichkeit der kerl irgendwie dazu den jetzt einfach herzugeben wie gesagt das täte mich reuer und irgendwann dann habe ich wieder gewissensbisse und ärgere mich drüber sehe ich ja nicht ein in diesem sinne frage ich jetzt doch mal einfach an meine youtube zuschauer ich meine wir haben ja doch im schnitt immer ca 1000 2000 aufrufe pro video wenn jemand von euch jemanden kennt oder jemanden weiß der vielleicht an mwm kd211z rumstehen hat sei es im ganzen bulldog sei es als blog oder sei es nur der motorblog einzeln oder wer vielleicht teile davon hat meldet euch bitte bei mir ich würde mich echt darüber freuen wenn mir die gemeinschaft dort irgendwie weiterhelfen kann wie gesagt ich habe schon viel im internet sucht es ist schwierig was zu kriegen ich habe jetzt der anzeige geschaltet dass ich teile such ich habe auch schon einen anschrieb gekriegt da hat einer zwei gute zylinderköpfe anzubieten ich habe den jetzt mal geschrieben das soll man mal bilder schicken ich will wissen wo die anzugucken werden und was überhaupt kosten sollen ja je nachdem wenn das angebot passt dann hätte ich zumindest eine sorge weniger dann hätte ich ein paar neue köpfe obendrauf wie gesagt noch besser als ein paar neue köpfe wäre natürlich wenn ich einen ganzen block kriegen würde der frostfrei ist das wäre mir das wichtigste ein frostfreier block einfach dass ich den ganzen motor wieder aufbauen kann in den schleppereien scheißegal ob der aus einem oder aus einem fendt oder sonst was für ein bulldog ist also wenn ihr irgendwas im angebot habt oder wenn ihr jemanden kennt der sowas haben könnt schreibt mich einfach einmal an für einen block bin ich bereit naja ich sogar mal wieder will ich weil es doch auf dem geld ist aber 900 950 euro würde ich für einen motorblock zahlen das ist das absoluter maximum günstiger wäre immer besser weil wie gesagt man hat halt kein geld scheiße das geld fliegt mir nicht durch den schlot rei aber 900 950 euro das wäre so die schmerzgrenze wo ich sag da dafür würde ich einen motor kaufen falls jemand einen ganzen schlepper hat meinst du mich einen alten bauzer oder was mit getriebeschaden drauf der sich nicht mehr zu machen lohnt aber der einen guten motor vorne drauf hat eben wie gesagt diesen mwm den wassergekühlten kd 211 ist der zweizylinder mit bei mir sind es 15 ps falls da irgendjemand was kennt wie gesagt schreibt mich an meldet euch das wäre echt super weil ich sage mal zwei augen die finden vielleicht einmal irgendwas aber wenn ich jetzt einmal von 1000 abonnenten ausgeht das sind 2000 augen da ist die wahrscheinlichkeit was passendes zu finden doch deutlich höher die reichweite ist größer und in dem sinne würde ich sagen das probieren wir einfach einmal falls ich die teile für den schlepper her kriege und ich den wieder herrichte so wie ich es mir vorstelle wie gesagt das ist ja dann der plan im endeffekt dann wird es auf alle fälle wie so ein restaurationstagebuch das wird in die farmblocks mit eingebunden immer wenn was dran gemacht wird versuche ich euch dann natürlich mitzunehmen dann seht ihr mal wie sowas überhaupt vonstatten läuft was das für arbeit ist ich meine ich habe es beim kl 300 gesehen die meiste arbeit hat zwar der fahrer übernommen weil der kfzler ist und mit den motoren einfach mehr ahnung hat das gebe ich zu bin ich kein spezialist dafür aber nichts desto trotz ich meine ich würde es versuchen der bulldog ist kein schlechter bulldog wie gesagt 15 ps leistung der lebt immerhin fast 20 stunden kilometer hat für seine größe eigentlich richtig schöne zugleistung ich finde es ist eine klasse schleppe ich möchte eigentlich nicht aufgeben ich möchte versuchen so weit wie möglich wieder zu richten und das schönste wäre natürlich wenn die garage hier dann irgendwann einmal fertig ist und hier stehen dann beide krame drin hüben der kl 300 und auf der anderen seite hüben der k 15 beide natürlich frisch lackiert oder was also wirklich wieder tipptopp hergericht das wäre schönste ich meine die schleppe die haben bei mir trotzdem zu arbeiten das sind keine spaßfahrzeuge das ist ganz klar der kl 300 ist bei mir ein fahrzeug mit dem muss ich arbeiten das zum heu wenden da ist unter die barmetze mehr ich brauche noch zum heu fahren ich habe den wohn dahinter hänger also mit dem schleppe wird auf jeden fall noch gearbeitet es ist jetzt nicht so dass es dann vitrinen modelle sind die stelle ich irgendwo hin und dann stehen die halt der dinge die da kommen nein bei mir müssen die noch arbeiten ich meine man sieht es dem ja auch an ja stand der asche auf mein haupt ich weiß der ist dreckig der gehört gewaschen das wird natürlich jetzt demnächst einmal mitgemacht aber wie gesagt die sind ständig am arbeiten gestern habe ich nach hausen gehabt habe mein mister mitverfahren wie gesagt normalerweise hängt immer der k 15 vor der lore weil der einfach schön wendig ist der ihc ist einfach zu groß ist nicht so wendig wie der k 15 und gerade an dem misstaufen hinter passt sich eigentlich mit dem alten bulldog dort ganz gut vor allem schaut es halt mit der lore ein wenig besser aus als wenn ich die hinter den ihc hänge das gebe ich schon selber ehrlich gesagt zu na gut also gut dann mache ich jetzt hier erst einmal schluss wie gesagt das ist jetzt ein wenig gestückeltes video oder wird jetzt da wahrscheinlich noch ein wenig rundfahrt mit dem k 15 kommen das werdet ihr gleich sehen und wie gesagt haltet halt auch einmal die augen offen vielleicht hat ja der eine oder andere noch was wie gesagt ich zeige gerne noch einmal die eingeschlagene nummer im blog wie gesagt da steht es das ist der kd 211 z das ist der wassergekühlte zweizylinder dieselmotor kleindieselmotor der motor motorenwerke mannheim und falls da der eine oder andere von meine zuschauer jemanden weiß jemanden kennt oder vielleicht teile dafür hat vielleicht hat ja jemand irgendwo noch einen block rumstehen oder wie gesagt vielleicht findet jemand anders noch irgendwo ein angebot wie gesagt dann das wäre natürlich eine super sache also schreibt mich einfach an würde mich echt freuen und jetzt wünsche ich viel Spaß beim restlichen video so Das war's für heute. 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 Das war's für heute so ergeben. Das war's für heute. 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 Das ist für heute. Das war's 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 für heute.